Hallo und Willkommen meine lieben Freunde, ich bin's, euer lieber Odo und wir sind zurück bei Let's Play This Is Sparta! Wir haben das letzte Mal den Arabern gesagt, was wir von ihnen und ihren Methoden um ihre Religion umzubringen halten. Mit einem Missionar kaufen, finde ich gut. Du verbreite bitte deine Religion! So, ausgezeichnet, Yerivan, jetzt haben wir da noch einen Typen mehr drinnen sitzen, finde ich gut. Ähm, was hast du für eine Sonderfähigkeit? Ah, die Apostel sind immer irgendwie super, was also relativ egal ist. Hauptsache die anderen sind nicht gesandtet. Gesandte Deutsch-Stadt-Stadt-Quest abgeschlossen. Ja, habt ihr eine Quest für den Schaden? Ja, ja, ja. Nach der Verlagung der Gesandten seid ihr nicht mehr souverän des Stadt-Stadt-Toronto. Was? Okay, nur einen Handelsposten haben wir gekriegt. Was? Das heißt, wir müssen diese Runde wahrscheinlich wieder irgendwo, irgendwas... Was? So eine Zipine wieder dran. Du schießt da mal rein. Ah, hier schießt nirgends mehr hin. So, du gehst da her. Ah, du könntest dich auch... ...verdingsen. Äh... ...verdingsen. Und wieder ein paar Ketzer weniger. Finde ich gut. Finde ich ausgezeichnet sogar. Ja, ich würde zwar ganz gerne da rüber gehen, aber das geht nicht mehr aus. Bewegungsmäßig, bewegungstechnisch so. Gut... Du... Was machst du? Pfff... Da unten haben wir das Ding. Ja, ist ja wurscht. Machen wir das weiter. Passt schon. Passt schon. So, wir haben hier einen Händler. Den können wir wieder irgendwo hinschicken, wo ein Haufen Kohle und sonst... was macht. Nach Mp... Mp... Mpanzar Mpata zum Beispiel. Nach Bembo haben wir ihn ja grad geschickt. Warte mal. Da haben wir mehr Mpinda. Wir schicken ihn nach Mpinda. Und wir beginnen den Weg. Und weiter geht's. Der hat ein wahnsinnig viel Zeug da. Der Japaner, der mit mir jetzt verbündet ist. Schauen wir mal, Tripolis sollte eigentlich nicht wirklich das Problem sein. Das sollte eigentlich bald fallen. Vor allem mit den Feldkanonen da. Das ist noch ziemlich ein Wahnsinn. Vor allem die können, wenn sie da fertig geschossen haben, gleich nachher, wenn sie runter gehen und nach Aleppo und Aleppo gleich totschießen. Ja, ja, schauen wir weiter rüber. Ja, nochmal. Nationalpark, oder? Lieber wär's mir zwar da oben, aber da steht leider Athen ein bisschen im Weg. Euer neuer Nationalpark braucht Besucher. Vielleicht kann eine neue Kommunikationsart der Werbung helfen. Funkwesen. Heureka gekriegt. Schau was an. Jo, was kann der Nationalpark jetzt? Also nichts. Also nichts. So, ihr seid geheilt. Ah, wisst ihr was? Schiessen wir gleich nochmal auf Tripolis. Also jetzt schiesst du auf Tripolis. Oh, bist du irre. Wir müssen nichts kaputt machen bei Tripolis. Weil Tripolis wollen wir ja schließlich übernehmen. Oh, sehr. Oh, Tripolis mit dem Schiff eingenommen. Das geht. Dann heils dich mal. Du machst gar nix. Dann gehst du mal da her. Ah, dich kann man nächste Runde verteidigen, bitte. Ich hab dir eine Quest für den Stadtstart. Mal Letter abgeschlossen und Belohnung verdient. Das ist aber lieb. Was wollten die? Dass wir eine Stadt erobern? Wir können den Guru erwerben, aber um ehrlich zu sein, das ist uns relativ egal. So, wir überlegen jetzt. Sollen wir Tripolis behalten? Hm. Ich mein, das ist schon ziemlich nah bei Mykene. Eins, zwei, drei. Mykene hört da bei dem Kokau auf. Das heißt, den Kokau kriegen wir auch ohne Dings. Vielleicht sollten wir uns eher Aleppo dann behalten. Hm. Und Besuch. Ich bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Ähm. Wo waren wir? Ach ja. Stadt behalten. Stadt vernichten. Interessiert mich nicht. So, Produktion. Pergamon. Was produzieren wir in Pergamon? Natürlich eine Werkstatt. Ah, warte mal. Können wir die Werkstatt auch kaufen? Nö. Können wir sie mit Geld kaufen? Nö. Zu wenig Geld. Aber fast. Das heißt, wir kaufen sie nächste Runde. Weil wir brauchen noch eine Werkstatt für... Uh, wir können eine Universität von Oxford bauen. Hm. Hm. Oder einen Spion. Wir brauchen noch einen Spion. Mhm. Und Fahrradsmarsch. Unsere Händler sind jetzt gerade schon in LKWs. Finden wir gut. Ich frage mich gerade, was da passieren wird. Ob da noch irgendwas kommt oder ob das so bleibt, wie es ist. Das schaut nämlich echt lächerlich aus. Nein. Hey, wir haben 512 Gold eingenommen. Das finde ich gut. Finde ich gut. So, diese Karavelle können wir aufrüsten. Oh, die hat noch keine einzige. 7 Kampfstärke gegen Marineeinheiten oder plus 1 Fortbewegung. Oh, das ist ein großer Musiker und ein großer Schriftsteller. So, die können wir auch befördern. Geringerführer. Quartiermeister. Nein, 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 nein. Raketentechniker ist natürlich doof. Und bei Quartiermeister ist da wirklich das definitiv Beste. Oder wir setzen nur als Guerrierführer beim Arabischen Reich ein. So. Hm. 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 Ah, na verstehe, wenn wir den zuhause haben, dann sind alle Spione um eine Stufe besser. Na gut, wir werden hier Führer. Und wir setzen ihn dann in Dings ein. Gut, ich glaube, wir brauchen noch einen Apostel. So, die geht es da her. Die haben eigentlich da praktisch ausschließlich religiöse Einheiten oder Non-Combat-Einheiten. Dann ein Siedler, ein Inquisitor, der Mameluke, das ist das einzige Ding, das... Ah, ich komme auch. Sieben Fernkampfscherke gegen Land und Marineeinheiten. Ah, wo war das? Ah, verdammt, wir haben ja da auch noch einen Apostel, sehe ich gerade. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Na gut. Diesen Apostel schicken wir Richtung Katargo. Ah, nein, nein, bleib stehen. Bleib, 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 bleib stehen, nicht da her. Ach Gott. Geschieht mir recht. Geschieht mir echt recht. Ich bin so ein Idiot. Schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja Glück und Katargo befreit mich von dem Typen. Vielleicht kann man... Er scharzt sich. So, wir haben gesagt, äh, Werkstatt wollen wir bauen. Kaufen. Damit haben wir das Eureka für die Industrialisierung gekriegt. Finde ich gut. Und nächste Runde. Dann geht's mal. Sie sind eine Oberaukoll IPO-K surfst. Dann gehen wir jetzt mit einem Vorhell-K 180- puzzle. Und trotzdem können wir das Eureka, auch sicher. Und dann haben wir da einen Runde oder die Frau! So, wir nehmen keine Aufbau! Oh, Toronto, was wollen die eigentlich? Eine Eingebung für Urbanisierung. Nein, das wollen wir nicht mehr schaffen. Na gut, ähm... Bekehrer, Redner, hm. Hm, steht ein anderer Zähnungserzeug? Hm. Was machen wir das? Hm, na, ha, 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 ha. Ah, wie schon gesagt, selber schuld. Was rennt's denn da auch da mitten rein? Wieso bist du schon wieder... Wieso bist du schon wieder... Ja, wahrscheinlich, weil der Apostel verstorben ist. Das hat einen Malus gegeben für meine Religion. Ja, wie schon gesagt, selber schuld. Selber schuld. Ich kann aber nix machen. Hach, wir können noch ein Werk stehlen. Find ich gut. Sollen wir das versuchen, oder? Sollen wir Mittel abschöpfen? Oder sollen wir Partisanen rekrutieren? Die dann alles ruinieren. Die dann alles ruinieren. Und wenn sie mir jetzt Partisanenführer... Chance auf Missionserfolg... 2% ist bestimmt das Risiko gefangen... Nur 2%iges Risiko der Gefangennahme... Machen wir doch glatt. Und dann werden wir uns geschossen. Ahhhhhhh... Ich weiß nicht. Nein, wir schießen da noch nicht drauf. Wir schießen erst von außen drauf. Machen wir doch nichts kaputt. Und so deswegen, weil... Weil... Wir wollen die Stadt ja übernehmen. Was willst du mir für den Frieden geben? Nur ein bisschen Geld? Nein. Aleppo hätte ich genommen. Das hat dann auch eine... Ich bin ein Antwort. Ich kann mich nicht davon entschauen. Bist du mich nicht? Ich war ein ein. Wir wollen nicht. Das ist das dein, was ich an irgendwas zu machen. Ich bin ein. Ich bin ein. Du versuchst. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich kann ja nicht schießen, wenn sie gefahren sind vorher, Guru macht nichts, ja, ja, wir brauchen Nahrung, wir brauchen Wohnraum, wir können Missionaren und Gurus bauen, ist alles recht. So, was bauen wir hier als nächstes, wir könnten noch ein, warum können wir den bauen, äh, Haufen vielleicht Handelszentrum, Handelszentrum, wir könnten das daher bauen und dann den Haufen gleich daneben, hm. Wüste ist genau dafür da, dass man solche Sachen macht, oder? Wir brauchen ein Handelszentrum, finde ich gut. Wir brauchen mehr Geld, wieso greift der Marmeluke nicht an, frage ich mich. Ich schaue zu, als hätte der überhaupt keine Truppen da mehr. Das gibt's ja nicht, da können ja nicht keine Truppen haben, einfach. Bleib stehen. So. Katarro ist nicht mehr mein... Keine Innovation in den letzten 200 Jahren hat mehr Leben gerettet und die Gesundheit verbessert, als die sanitäre Revolution, die durch die Erfindung der Toilette ausgelöst wurde. Oh, da schaut er was an. Hm. Finde ich gut. Ähm, ja, Katarro sollten wir wieder eingehen. Ich glaube, die haben uns einen Handelsweg pro Lager gegeben, oder so irgendwie. Was müssen wir denn für Katarro machen, gar nicht, das haben wir schon erfüllt. Das ist ja arg. Mit so viel Dings, so viel Energie da reingesteckt. Dieser Widerling. Forschung wählen. Na gut. Da sind wir. So. Kongo ist schon weiter. Der ist schon da bei Chemie oder so irgendwie. Keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Ah, wir machen jetzt die Industrialisierung. Da haben wir nämlich jetzt das Heureka. Und dann können wir Fabriken bauen. Finde ich gut. Oh, wir haben sogar noch was zum... Naja. Wir müssen noch einiges zum Fahren haben. Und Schuss. Schiessen wir auf die Marmeluppen? Oder auf die Stadt? Auf die Marmeluppen. Wir müssen noch einiges. Oh, wir müssen noch einiges. Okay. Nix raus. Verstehe ich, dass der mit dem Marmeluppen nicht angreift, wenn der so schnell eingeht. Auseinander genommen wird. Wir freuen. Ja, 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 klar. Naja, das habe ich vergessen. Das sollten wir vielleicht machen. Wieder eine Allianz anbieten. Okay. Eure Exzellenz, ich habe das Gefühl, dass es an der Zeit ist, weitere Wohnviertel für unsere wachsende Bevölkerung. Die industrielle Revolution und das Wachstum urbaner Dichte haben zu einem Gefühl der Anonymität geführt. Okay, ja, wir können jetzt 50 Gold pro Anziehungskraft von Grenneferien per Ersatz von Farmen durch Wohnviertel. Na gut. Pro was? Pro Anziehungskraft sogar. Ja, wenn wir das vorhaben, sollten wir das vielleicht tatsächlich dann machen. Ah, und Militärakademien. Ja, ich würde fast sagen, das lassen wir mal so. Das lassen wir auch. Die Handelswege lassen wir jetzt auch mal so. Ja, und das, was wir zu sehen haben, ist jetzt nicht so interessant. Und die Macht eurer Banken nimmt zu. Es ist Zeit, die Kräfte zu studieren, die die Wirtschaft in eurem Reich lenken. Ah, wir haben eine zweite Bank gebaut offensichtlich. Wir wissen, ob wir Wirtschaftswesen... Ja, ja. Okay. Wohnviertel mit größerer Anziehungskraft beherbergen mehr Bürger, wohingegen Wohnviertel in der Nähe von Sümpfen, Flughäfen oder Regenwäldern kaum bewohnt sein werden. Okay. Okay. Sumpfe haben keine große Anziehungskraft. Sumpf. Anziehungskraft Durchschnitt 1. Hm. Das ist auch nur Durchschnitt 1. Na gut, du bleibst einmal da stehen. Du schießt mir auf den Marmelit. Oh, jetzt sind wir sicher. Ja, dem Hojo wollten wir eine Allianz anbieten. Was hältst du von einer Allianz? Was hältst du von einem Forschungsabkommen? Was macht das? Gib mir. Wir brauchen hier Wohnraum. Wir brauchen hier Chemie oder wie? Auf Wiedersehen. Und Tschüss. Wir brauchen hier Wohnraum. Wirtschaftswesen. Ja, wir könnten noch einen Apostel uns zulegen. Und wieder einen versenken oder sowas in die Richtung. Ähm, Musketieren? Nein, jetzt schießen wir mal rein. Nein, du bleibst mal stehen. Kuchen macht nix. Ausrichtungsbaum, Ausrichtungsbaum, so. Massenmedien. Erforscht das Funkwesen. Hm, leider sind wir hier weit voraus. Das heißt, mit dem Funkwesen ist das so eine Sache. Wir haben zwar einen Heureka fürs Funkwesen gekriegt. Wir haben hier drei Coors. Hm, zwei habe ich schon. Vielleicht können wir noch ein drittes bauen. Hm. Schauen wir mal das. Und schauen wir mal, was wir da noch in Truppen rumstehen haben. Ob wir noch ein Coor bauen können. Wir hätten da noch eine Kanone. Das ist auch eine Kanone. Wir könnten mal alle zueinander fahren. Dann hätten wir noch ein zweites Coor. Hm, hm. So, Argos hat eine Bank. Jetzt könnten wir auch eine Arena bauen. Weiß ich nicht, ob wir das tun sollten. Was macht das? Bloß eine Annehmlichkeit der Unterhaltung. Hm, Aqueduct vielleicht. Da hier. Ich sollte meinen, dass das klug ist. Na gut, an dieser Stelle, Herrschaften. Das war wieder Schluss für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und da hat was Schönes. Bis dann. Und two wünschen euch. Och bis jetzt. Vielen Dank.